Mit dem Social Media Aggregator Storyfy ist es möglich, verschiedene Webinhalte zu kombinieren und zu eigenen Geschichten aus dem Web 2.0 zusammenzufügen. Eine eigene Story zu erstellen, ist hierbei ganz einfach. Los geht es mit dem Button New Story. Es erscheinen zwei graue Felder, in denen Titel und ein kurzer Abriss der Geschichte eingegeben werden können. Auf der linken Seite können dann verschiedene Webinhalte ausgewählt werden. Um diese einzubetten, werden die Tweets, Postings oder Bilder rechts unterhalb von Titel und Einleitung gezogen. Nun werden die Inhalte wie im Original in die Story eingebunden und direkt mit Teilenfunktionen ausgestattet. Praktisch ist zudem die Suchfunktion, mit der große Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube und Flickr durchstöbert werden können. Achtung! Stets den Schutz urheberrechtlichen Materials beachten und lieber zu einem Inhalt mit Creative Commons Lizenz greifen. Die Inhalte erscheinen jetzt untereinander. Per Drag & Drop kann die Reihenfolge jederzeit geändert werden. Kommentare können über das Textfeld eingefügt werden und so den User durch die Inhalte führen. Mit Publish ist die Story bereit zum Veröffentlichen. Anschließend genügt ein Klick, um die Urheber der eingebetteten Inhalte via Facebook oder Twitter zu informieren.